ein wunderschönes hallo und willkommen bei der dreising eins wieder wo wir jetzt mit frank weiter sind jetzt müsste der überzeit modus bald beginnen denke ich mal ja jetzt gehen wir mal weiter schauen wir mal laudiszeit frank die emergency line bin freed up i'll give headquarters a call hang on this is agent jessica mccarnie we have an emergency situation so wird aber noch nichts angezeigt richtig schön ich habe keine ahnung wohin die war einfach mal zum schutzraum denke ich mal wird das beste sein so mal gucken ob ich den weg noch weiß was ist doch ihr misstviecher nein lasst mich du dreckiger bastard was mich oh mein gott schauen wir doch mal ab zum schutzraum oh was war denn jetzt los frank it's over hq's decided to ignore us what what do you mean ignore us i contacted headquarters the government has decided to deny all knowledge of what happened here special forces will arrive for cleanup at midnight they'll take everyone out zombies 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 people people everyone los aus von perto 希 希 希 Das war's. Das war's. Aber wir schauen jetzt einfach mal im Sicherheitsraum vorbei. Haut doch mal ab, ihr kleinen, dicken Kinder. Der hatte mich eben fast. Aber nicht mit mir. Hier. What? Yeah. 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 Die sind fast da. Oh, Alter, müssen hier so viele sein. Weg. Weg, weg, weg. Schon wieder eine Sequenz oder so? Ja. 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 Die sieht ja lecker aus. So. Nehmen wir mal den schönen Weg hier mal, wo ich immer runterfalle. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Nö, was? Hallo? Du. So. Fast da. Noch eine Sequenz. Was ist das denn? Jessie. 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 Was. Uhhh. Ich bin noch die differentiate. Ich bin noch in den überlegen. Oder so. Ich bin da. Ich bin ein bisschen nicht mehr als Ein-Best. Noch eine Sequenz? Gibt's ja gar nicht. La 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 da wo ist er denn da da ist er ein zombie was was und kein dings die batterie ist leer wo muss ich denn hin jetzt habe ich die gute erschlagen aber wo ich hin muss ich habe keine ahnung was ist denn für scheiße also jetzt zurück zu isabella eigentlich will ich ich kann ja mal kurz hier gucken der hubschrauber dürfte ja eigentlich noch nicht kommen eigentlich hier ist nix dann werde ich mal zu isabella zurückgehen jawohl die leiche ist weg aber die beiden liegen noch da ein privaten pilot schein ja ödis der hat sich einen hubschrauber geklaut so jetzt müssen wir bestimmt zu isabella denke ich mal immer noch so viel zombies hier na 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 finger weg so auf zu isabel denke ich mal dass wir dahin müssen zu isabel was anderes fällt mir nicht ein ja weg von mir haut ja ab eigentlich kann ich denn eh ne buch wegschmeißen seht ihr hier ich habe ja keine leute mehr die mitnehmen so dann müssen wir gleich wieder so eine schöne chips packung liegen ja jawohl jawohl zwei punkte bloß aber nun ja so das kann ich auch mal mitnehmen kaffee weißer kann man ja auch mal so trinken jetzt muss ich mir hier wieder durch kämpfen das ist auch eklig nein lasst mich hier müsste ich eigentlich richtig sein kann ich sogar rein isabella hallo 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 die gibt mir auch nichts wo soll ich denn hin was soll ich machen die könnte ich speichern was soll ich denn jetzt noch machen der Hubschrauber kommt erst in 13 Stunden das verstehe ich ja mal gar nicht was wie schnell war er denn wo muss ich denn hin muss ich zum Hubschrauber platzen bin mir nicht sicher nicht dass ich ein falsches Ende kriege da alter alter viel zu viele man kommen noch nicht mal ich hab doch ach da nach hier ah diese diese getränke die sind mal am besten alter was sollte das denn weg von mir gut gut einmal brauche ich nicht gut äh noch eine sequenz okay Okay. Jetzt schlachten wir die ganzen Zombies ab. Da ballern sie erst mal rum. Was, ich jetzt zu Isabella zurück? Jetzt weiß ich den Weg aber nicht mehr. Ich glaube hier lang. Mein Gott, ich will das nicht verpassen, den Zeitpunkt. Man muss nicht... Das fängt bei Isabella, glaube ich, an. Jetzt gehe ich am besten nochmal hoch. Das will ich nicht verpassen. Hä, wo sie denn? Ach da. Die Militärin. Sie kommen, nicht wahr? Er ist nur wie Santa Cabeza. Die Regierung will auch, das zu schützen. Was ist denn das? Eine kleine Sequenz? Mir auch nicht. Das ist ja blöd. Wo muss ich denn hin? Gehen wir einfach mal wieder runter. Oh. Hier sind ein paar Dote. Ah, den hebe ich mir auf. Oh, weg mit euch. Oh. Hier war der Armeelan. Alter, was hält ihr denn aus? Ja, gib mir die Knarre. Kann ich das wegwerfen? Gucken wir doch mal. Ja. Ah, eine Shotgun. Nehmen wir gleich noch eine mit. Ja. Immer hell damit. Ich hab hier noch Platz. Was? Mehr nicht? Naja, reicht ja auch erstmal. Mal. Ups. Okay. Bam. Fuß. Fuß. Gibt's hier gar nicht. Da steht einer. So, mal gucken. Hier muss es doch irgendwas zu futtern geben. Jawoll. Eine Flasche Wein. Die brauche ich für einen Block Leben nicht benutzen. Das lohnt sie nicht. Was ist denn das? Ein Hut. Ja. Da bin ich lieber Lego Männchen Frank. Hm. Hm. So, wir gehen noch mal zum Waffenladen. Und da werde ich den Part Schluss machen. Hier können die mich nicht kriegen. Die Schweine. So Leute. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.